Servus, Grüezi und Hallo meine Freunde! Rushing Ronny hier mit einer weiteren Folge Trouble at Terrorist Town. Zusammen mit den gleichen Spasses wie immer. Habt Spass, lasst uns runter da. Let's go! Ja, was du uns verdient hast? Wieso? Ja, Timo, das war... Ja, der ist schwul rumgekommen. Wow, da sind schon zwei! Hey, 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 hey! Hey Buben! Hallo! Was man hat, das wäre... Wow! ...der Timo und der 32er. Ich bin innocent und der Timo steht bei mir. Also wenn ich nichts sage... Ich bin auch innocent und der Kai steht bei mir. Ich bin nicht innocent und der Kai steht bei mir. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Wer ist das da vorne? Hey, da, wo dort mit der Crowbar rumläuft. Halt mal! Ja, ich habe noch gar keine Waffe. Oh, 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 oh... Okay, Buben, stopp. Ich will mir zuerst Waffe holen. Ich bin auch schon wegen der Crowbar erschossen worden. Das ist noch nicht so lange her. Ja, ich habe die gar nicht geschlagen, also tschüss. Wegen der Crowbar. Ja, ja. Und ich bin nicht geschlagen, er stört. Hey, wir scheissen mir! Von oben! Ah, selber schuld. Was? Aber ich sehe ihn nicht. Ich schieße mit der Pistole in die Luft, aber hey, der schieße. Okay, tun wir. Tun wir uns verbinden oder musst du mich töten? Timo! Timo! Oh, 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 oh! Timo, ich will die Ecke, ich will hinter euch stehen. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Hey, da schieße einen! Hey, auf ihn! Hey, auf ihn! Hey, auf ihn! Warum schieße ich auf mich? Das ist jetzt so schlecht, Jules. Alter, ich habe nichts gemacht. Ich habe keinen Grund auf ihn geschiessen. Alter, er ist in der Mitte gestanden und beide auf ihn geschossen. Ich habe nicht geschossen. Er hat wirklich nicht geschossen. Ja, aber er schieße ist jetzt zusammen. Ich planen, dass du dann meinst, dass er es war und weisst, ah! Ich bin jetzt langsam gewesen. Hör auf ihn, ich habe auch immer schiessen. Ja, ich will jetzt... Wenn ich drei Leute sehe... Ja, und zwei auf einen schiessen, dann schiessen alle. Und du sagst, er schiessen auf dich, aber du hast volles Leben. Ich habe nur gesehen, dass zwei Formeln stehen und auf einen Ballen. Ich habe nicht gesehen, auf wer sie schiessen. Aber ich habe nicht geschossen. Simon, jetzt ist deine Stimme wieder ein wenig laut im Fall. Ah, das ist gut. Das ist komisch. Du wirst immer erschossen, wenn du Traitor bist. Ich werde auch sonst immer erschossen. Vielleicht würde ich mal das Gameplay anpassen. Ja, mein Gameplay besteht aus dem, was Kai spielt. Vielleicht würde ich lieber den Kai spielen, was habe ich interessiert. Das mache ich quasi, gerade im Moment. Okay, okay, okay. Oh, das war ja klar! Mach ich gleich! Simon, hör auf! Ich verdiene dich, verdiene dich. Du hast schon auf mich geschossen. Ah, mein Herz. Und dann bin ich hier am Boden am Schauen und dann... Nico! Hör auf! Sie sind auch zur Seite. Oh, da geht's! Wir sind hier unten! Hey, Ronny, hier ist schon noch einer! Oh, was?! Okay, okay, jetzt kann es mir nicht mehr um. Kommt man hier wieder raus irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Nein, wir sind für immer wieder. Komm, wir gehen! Ja, egal. Nico, mach keine Scheisse! Jungs, könnt ihr aufhören, mir nachher zu laufen? Nico und äh... Ronny und... Okay, das fällt mir. Tschüss! Oh, du wärst echt Granaten geschossen? Ja, das war noch mal Disco. Ah... Was? Es gibt so eine Disco-Granate wie in vorne? Alter, Alter, geh weg! Wow, da ist auch noch... Da liegt Blut! Da liegt Blut! Da liegt Blut! Komm und umfangen! Alter, geh ich weg! Alter, geh ich weg! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Hör auf! Alter, geh weg! Alter, geh weg! Alter, geh weg! Wow, wow! Sie sind alle im Keller rum! Ah! Ich bin nicht Traitor, ich habe einen Traitor-Tester gefunden! Alter, was machst du hier? Geh weg! Trigger, geh weg! Alter, geh weg! Trigger, geh weg! Alter, geh weg! Verpiss dich! Ich bin nicht Traitor! Ich bin nicht Traitor! Ich bin nicht Traitor! Geh mal rein! Wer ist der? Das ist sicher ein Tracer-Fall, du Wichser! Ah nein! Okay, klein, wir arbeiten zusammen! Wow, 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 wow! Ich gehe auch rein! Ich will da rein! Also, geh rein! Was geht denn rein? Der Traitor, wenn ich sterbe, da ist ein... Nein, Nico, bleib da! Bleib da! Alter! Ich suche einen Ausgang! Gib mir Deckung, klein, gib mir Deckung! Ah! Der Timo hat nicht geschossen? Nico war ein Traitor, schau oben rechts! Und das heisst, der andere Traitor ist Roni! Die anderen drei haben sich testen! Also gut, gut! Wo kann man sich testen? Ja, Roni, du musst es nicht mehr probieren, du hast verloren! Ist das so? Wenn du Roni gesehen hast, abschiessen! Und dann würde ich sagen, hör auf mit Traitor-Tests, sonst ist das nicht mehr lustig! Ich höre, wer ist jetzt geschehen? Wirklich? Ja, ja, ja! Hä? Hä? Was? Hä? Ah, ich bin auf alle reingelöpfen! Toll! Nein, aber lassen wir den mit den Traitor-Tests! Ja, warte mal! Der ist richtig scheisse! Hä? Ja! Nico, hast du mir zugebracht? Ja, nein, es bringt ja nichts! Nein, Timo, die Kopfschüge in diesem Moment sind positiv zu nennen! Ja, ich meine, es ist ja sofort klar, wenn sich die Traitor testen lässt. Ja, stimmt! Das Drangenär... Das Drangenär-Innocent ist ja sofort klar! Bist du sicher? Wieso? Dann macht's ja einen Traitor-Tester! Wo ist der Traitor-Tester? Ganz unten im Schiff! Keur! Nein, geht's nicht mehr! Ich weiss jetzt, wie ich hier hochkomme, aber ganz unten bin ich noch nicht klar! Ist das? Hör auf! Wer bist du? Ich bin zuerst mal schnell verengestalten! Hahaha! Hahaha! Ich bin der Traitor! Ich probiere, wie weiss, dein Skill nachzumachen. Das... Ich komme hier zum Beispiel eben schon nicht hoch! Ich komme zuerst mal nicht runter! Ich bin vorhin gerade verregt! Timo, ich weiss das raus! Ich biss nicht! Au! Okay! Timo! Wer ist es da? Wer ist es da? Hey, wer ist es da? Ah, verdammt! Verpasst mich! Er lacht schon wieder zurück! Okay, Timo und da sind oben drauf! Die sind 16 und der 32er! Du bist nur vom Schiff gekriegt! Der Kai! Nein, ich bin zu Wasser! Ah! Was ist das Wasser? Kann man sagen? Mein Wasser? Hä? 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 Ja, der ist tot! Joni! Hä? Kai, hast du sicher getötet? Nein! Ich frage mich, bist du jetzt runtergekriegt? Also... Nein, ich bin zu Wasser! Der ist still! Auf diesem Fall ist er gestorben! Ja! Hey! Joni, geh weg! Psst! Was lebst du jetzt noch? Ich lebe noch! Sorry, Timo! Hä? Ich will schauen, ob ihr vielleicht schon jetzt zusammenschnuddet! Weisst du, dass es vielleicht ist... Es ist eh Droni! Er hat sich eh gegeneinander gehalten! Nein, ich bin es nicht! Komm, darf ich mich nicht gleich testen? Timo! Hä? Timo! Nein, testen darf ich nicht! Was hast du jetzt zu so lange gemacht? Ich habe beobachtet! Nein, Timo! Du bist da reingestanden! Ich habe 5 Minuten Ort und Stelle! Ich habe beobachtet! Ich bin Timo! Wer ist? Ich bin es nicht! Mein Vater für uns ist grüß! Er bitte Droni zu schiessen! Was? Ich bitte Droni zu schiessen! Das ist eine andere Frage! Mein Schweiss! Was? Nein! Timo, schiess doch wieder auf mich! Traitor! Timo ist es gewesen! Ich habe erschossen! Schön! Ich vertraue ihm Kai in diesem Fall! Er hat so eine... Warte, warte! Ich kann ihn identifizieren! Ich glaube, der Timo hat auch etwas in den Hang! Okay, super, merci! Kai darf ich zu dir kommen? Der Timo ist auch so! Der Timo ist auch so! Also, dir zwei sind es definitiv nicht! Ich bin es nicht, nein! Ich auch nicht! Der Timo ist hier oben! Der Pistole in den Hang! Also, es könnte sein, dass er etwas ganz anderes in den Hang hat! Ich bin jetzt hängerst auf dem Schiff! Ich habe einen tief auf den Hang, ja! Ja, mit einem Schaldämpfer! Wieso hat er einen Schaldämpfer? Mit einem Schaldämpfer! Alter, genau! Und warum ist das hier? Warum hast du eine Maske? Okay! Was soll das? Wer lebt? Also Kai lebt noch! Timo lebt noch! Timo ist weg! Was soll das? Ich will nicht! Ich habe nichts gemacht! Das ist Roni! Ich weiss es! Wer hat das gesagt? Du kannst auf meine Seile! Also du nichts weisst! Ja hör du auf auf meine Seile! Nein! Bis wir uns gegenseitig schicken! Roni! Wir ziehen auf Roni! Wir ziehen auf Roni! Ja komm, wir gehen auf Roni! Ja! Probier jetzt den alten Ehe schiessen! Nein! Wenn ihr mich jetzt schiessen! Verdammt! Der Spruch hätte mir so aufheben, wenn ich wirklich Trader wäre! Ja! Warte! Der ist noch! Wo ist er? So etwas von Seile! Okay! Okay! Jetzt sind wir zu zweit! Roni! 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 Das ist ein Spiderman! Okay! Warte mal! Timo! Ja! 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 Ist der Stimme erschossen worden? Ja! Er ist nicht! Der Roni ist bei mir! Okay! Der Timo! Ich glaube! Ich glaube! Der Timo! Der Timo! Ich glaube! Der Timo! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Oh nooo! Er hat ihn erschossen! Er hat ihn erschossen! Er hat einen Steinhers erschossen! Ich habe gemeint, der andere ist runtergefallen! Dann kann es nur noch der Roni sein! Ich habe gemeint, er ist runtergefallen! Ich weiß wirklich! Es ist... Es ist... Es ist ein Timo wirklich! Es muss der Timo sein! Wenn du riechst! Du hast den Roni erschossen! Timo! Verfolge mich nicht mehr! Wieso hast du den Roni erschossen? Timo! Hör auf! Mit schiessen! Du hast den Roni erschossen! Oh oh! Warte schon! Ich bin aus dem Spiel! Oh mein Gott! Das wäre so schön gekommen! Nach meinem Wahnsinns-Fail! Niko Mann! Ich habe gemeint, wer ist tot! Und dann habe ich auf dich geschossen! Kai, weisst du wie geil wäre es gewesen, wenn ich dich getroffen hätte? Du wärst einfach vom Boot geflogen, ohne etwas zu sagen! Ich kann dann schwimmen, Timo! Kann man schwimmen! Ich probier's, oder? Wie kommst du dann wieder an Bord nachher? Man kann nicht schwimmen! Sicher! Aber es tut weh! Ja, es tut weh! Ja, es tut ein wenig weh! Aber mir blöd! Ja, weisst du, was mir das sagst, nachdem sie im Wasser beheben! Hey, aber ich habe die Falle... Wollt ihr das Leben hier wieder? Niko! Ja! Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung gehabt, welche von euch drei... Also welche zwei von euch sind? Fuck! Ich meine das... Du mögen Leid, wo wir sagen, es ist der Roni! Timo ist der Hör! Ja, ihr behörd, weil ich im Baden bin! Ich meine, das tut mir weh! Der Roni startet wieder aus dem Wasser raus! Nein, du bist auf dem gleichen Ort wieder gespawnt! Ja, dann haben wir es nicht so... Roni! Was ist das denn? Hallo, Freunde! Roni, ziehen! Ich habe gar keinen Bock, wenn ich stirb, ist es Roni! Wieso? Ich bin da nicht... Niko! Ich weiss nicht, wie bist du im Alter? Bist du schon vorher gewesen? Ja, eben! Nein, bist du nicht? Wir können ja auch die zwei mal nacheinander sein... Was sind das für weisse Kisten? Hey, die haben nichts gewöhnt! Ah, es haben wir... Jetzt scheissen wir eben gegen einen auf den Kopf! Ja... Ich komme immer so schnell wie hoch! Gott fährt der... Hey! Einer ist ein Schasseort da hinten! Oh mein Gott! Oh, jetzt bin ich runtergekommen! Ich weiß nicht, wie ich hochkomme! Der Timo ist... Der Timo ist... Ich komme nicht mehr hoch! Als es für mich ist... Timo! Ich habe einen erschossen! Ich habe einen Schuss! Wo? 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 Warte! 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 Aha! Und dann siehst du den Kopf! Aufstehen! Ich komme! Ich habe noch einen Leiche gefunden! Kalt! Rony, bist du hier? Nein, ich lebe noch! Kai? Kai? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Den musst du weg sein! Dann bist du... Rony, ich bin das nicht! Ich bin es wirklich nicht! Wo ist der Kai? Keine Ahnung! Der ist mich einfach zu suchen! Aber... Der wollte mich umbringen! Aber jetzt bringen wir ihn noch um! Kai! Huuhuuu! Kannst du dem vor dem Traitor nicht das Zeug nehmen? Irgendwie konnte ich es nicht aufnehmen... Aber ich habe... Okay, jetzt... Ich bin hier! Ja gut! Wenn ich sterbe, ist es Rony! Also es ist klar! Jetzt ist es egal! Ich lebe doch überhaupt noch! Ja gut! Dann hättest du mich schon lange erschossen! Gute Frage! Hast du die beiden Leichen hier? Das ist eine... Das ist eine Leiche! Eine! Zwei Leiche! Zwei! Lebe niemand mehr! Lebe doch niemand mehr! Ja, geh doch voraus! Alter! Ich schliess mir den Controller an, wie das geht! Ah, verdammt! Geh doch voraus! So, ich gebe ihm nochmal eine Chance auf! Hohoho! Wieso... Aber wieso hättest du jetzt so wissen, was ist es gewesen? Ja, weil... Du, der Einzige warst, wo kommen wir gehen gehen suchen! Komm wir gehen gehen suchen! Komm wir gehen gehen suchen! Du musst ja zuerst gesagt, komm wir gehen gehen suchen! Ja, das ist... Aber... Ich bin ehrlich, ich habe nur noch frei verlebt. Ich habe... Danke! Jetzt fällt dein Mikrofon auf! Wow! Aber es ist gerade ein guter Moment, wenn ihr schnell still seid! Und dann kann ich nämlich sagen, tschüss zusammen! Merci für das Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Kanal abonnieren! Liken! Du weisst, wie es läuft! Nächstes Mal auch Kanal! Auf dem Kanal! Merci Roni! Merci Kai! Merci Tamu! Merci Nico! Ciao! Ciao! Schönen Abend! Schlaf! Ja genau! Ja voll! Ja! Was ist das? Oh! Ich bin schon am Aufnehmen! Yo! Das wäre es schon gewesen! Merci vielmals wieder eingeschaltet! Bis zum nächsten Mal! Wenn es wieder heisst... Wer ist der fucking... Terrorist! Lass uns ein Abo da! Ein Like, was auch immer! Was noch passt! Oder lass es sein! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal! G 대해 brothers, bis zum nächsten Mal! Dio! Das ist die ganze K august. Lass uns microbiote mighty meters bewertetern. Nein! idor Dok 150 jiei. Bis zum nächsten Mal! Stop! wedding? Bei?